Wo bist du? Kannst du kurz beschreiben? Rechts neben der Burg Shimura so. Ganz ganz oben an auf der Insel. Daaa! Perfekt! Der wurde mir auch schon angezeigt. Aber ich hab dich nicht gesehen, weil ich nicht so weit oben war. Duell unter Herbstblättern. Warum bist du so weit oben, Alter? Ich bin die ganze Zeit jetzt den Weg hochgelaufen. Ich bin die Küste entlang gelaufen. Ey! Ich mach grad ein Haiku und vor mir im Bildschirm laufen einfach Gegner. Die Orte sollten eigentlich dafür sein, für Ruhe vor dem Krieg. Genau bei dem steht inmitten von Tod. Ich würde die greifen jetzt an. Jaaa, dann könnte ich noch irgendwas anhalten. Ich muss irgendwas schnell schreiben. Ich bin ein bisschen dunkel hier. Ich bin ein bisschen dunkel hier. Oh, das stimmt. Oh mein Gott, der hat mir einen Hit gegeben. Ich hab gefühlt einen Schad von der Herbstblinde. Digga, das war, ganz ehrlich, der einfachste Kampf, den ich bis jetzt hatte. Weil ich hab echt nur einen Hit abbekommen und ich hab gefühlt gar kein Leben verloren. Also der hätte mir gegeben, der war nix. Aber, weil ich ehrenhaft bin, gibt es noch eine Verbeugung von mir. Aber seine Vorräte nehme ich trotzdem. Weißt du was? Ich will einfach flöten. Ja, Mann, Alter. Ich hab den einfach hochgenommen. Sorry, aber... Ganz kurz schnell ein Duell gemacht, ne? Vier Leute, schnell gefinischt. Drittvolles Leben, Alter. Und dann noch eine Säule der Ehre gefunden. Ja, ich hab den einfach hochgenommen. Oh mein Gott, in der nächsten Insel gibt's Schnee, ne? Oh mein Gott. Precious. Hatschimans Atem. Im...